Wenn wir Menschen in ein Geschäft reingehen oder in einen Discounter, dann denken wir, dass untereinander konkurrierende Marken eine große Markenauswahl bilden und wir selbst die Wahl haben, wo wir uns bedienen möchten, an welchen Produkten. Dass diese unabhängig gegeneinander agieren in einer Konkurrenzfunktion. Das ist nicht so. Ich möchte Ihnen das heute mal zeigen, wie stark und zentralisiert, also auch monopolisiert die Markenmacht ist. Wir schauen uns dazu heute einen Bericht an und dann gehe ich auch noch direkt auf zwei Aktien an, die ein ganz starkes Monopolfeld haben und die wir aktuell sehr stark einschätzen. Los geht's! Herzlich willkommen und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir haben Wochenende. Ich sitze im Büro diese Woche. Sehr viel zu tun. Entschuldigen Sie auch bitte, wenn es etwas länger gedauert hat, dass beispielsweise Mails, die an mich gerichtet wurden, von mir beantwortet werden. Ich habe leider aktuell eine absolute Flut und werde deshalb auch heute im Büro schauen, dass ich morgen wieder auf Stand Null bin und wir wieder weitermachen können. Fangen wir direkt mal an. Umfrage. Wir hatten in der letzten Woche gefragt, welchen Markt sollen wir für Sie neu aufnehmen? Wir hatten mehrere Male in den Videos einen Umfragelink eingefügt. Jetzt haben wir es hier auf unserem Twitter-Kanal, falls Sie dort noch nicht sind, bei unserem Twitter oder unserem Instagram. Ich werde übrigens am Montag, jetzt morgen, am morgigen Montag, meinen ersten Instagram-Livestream machen. Melden Sie sich jetzt an. Abonnieren Sie unseren Kanal unter hkc-management. Dann können Sie beim Livestream dabei sein und mir persönlich Fragen stellen. Also, Umfrageergebnisse. Wir haben jetzt das Ergebnis ausgewertet. Wir nehmen den Index der zweitgrößten Wirtschaft der Welt in unserem Produktportfolio auf, also dauerhaft auf. Sie haben sich in der Umfrage für den Hang Seng Index entschieden. Wir arbeiten nun daran, Ihnen diesen auf täglicher Basis anzubieten. Ganz kurz der Transparenz halber. Das sind die Umfrageergebnisse. Es haben insgesamt 564, das sind alles Einzelstimmen, also jeder hatte nur eine einzige Stimme. 564 Menschen für den Hang Seng gestimmt. Zweiter Platz war relativ knapp. Dahinter war der Swiss Market Index, der SMI und als drittes dann das Metall Platin. Wir müssen mal schauen, ob wir irgendwann in der mittelfristigen Zukunft noch einen weiteren Markt aufnehmen werden. Wir werden jetzt aber in Zukunft, wie ich meine, einen sehr, sehr interessanten Index in die tägliche Analyse mit aufnehmen. Und das ist der Hang Seng, der chinesische Index. Also, wir fangen direkt an. Vorgetäuschte Freiheit. Diese Unternehmen kontrollieren den Markt. Das ist ein Bericht aus unserem Trading Room. Unser Trading Room ist frei für jede Person zugänglich auf unserer Seite www.hkcmanagement.de. Einfach, wenn Sie auf die Seite gehen, auf Trading Room. Da werden jeden Tag von unseren eigenen Analysten und von unserer Updates- und Writing-Abteilung frische Artikel und teilweise auch Marktanalysen zu unseren Marktsegmenten veröffentlicht. Ich lese mal vor und dann gehe ich danach auf zwei Aktien ein, die hier drin auch besprochen werden, in die ich erstens selbst investiert bin und die ich sehr, sehr stark für die Zukunft einschätze. Einer dieser Aktien ist sogar eigentlich einer meiner Lieblingstitel in meinem Depot. Wir starten los. Freilandeier, Aloe Vera, Shampoos, Holzfällerfleisch, zuckerfreie Energydrinks und Haselnussschokolade in einer Welt, in der Konsum wichtiger ist denn je, definieren Produkte mittlerweile auch unseren Charakter, auch wenn wir meinen, dass sie Ausdrücke unseres Charakters sind. Hinter dem Griff zum teuren Bioprodukt in der pappbraunen Verpackung oder der Auswahl des Fleisches mit der Aufschrift für echte Männer stecken komplexe soziologische Prozesse und nicht einfach nur eine Präferenz. Wir denken also, wir hätten eine Präferenz, wir hätten eine Wahl, wir sind aber im Endeffekt, um es ganz populistisch mal auszudrücken, wir sind Produkte der Propaganda dieser Lebensmittelriesen, die ihre Propaganda in unsere Köpfe reinbringen und wir denken danach, wir haben eine Wahl, aber gleichzeitig kontrollieren sie diese ganzen Untermarken. Man möchte damit ausdrücken, wer man ist, ja sogar, dass man etwas ist. Dass diese Konsumentscheidungen aber nicht bei ihnen liegen, sondern das Resultat ihrer Sozialisierung, sagte bereits der Wissenschaftler Pierre Bordeaux. Schlimmer aber ist, dass Großkonzerne dies schon lange wissen und auch ausnutzen. Im Supermarkt wirkt es so, als ob der Hersteller von verschiedenen Produkten um ihre Kaufentscheidung kämpfen und sie somit eine gewisse Entscheidungsmacht über den Markt ausüben. Das ist natürlich recht simplistisch gedacht, läuft aber auf der Makroebene auf genau das hinaus. Nun ist es aber so, dass der Großteil des Lebensmittelmarktes gerade einmal von einer Handvoll von Großkonzernen bedient wird. Diese sind Nestle, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Johnson & Johnson, der erste Titel, den wir gleich besprechen werden, Danone, Mars, Mondelez, Kellogg's, Kraft Heinz und mein Favorit, Procter & Gamble. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Hier sehen Sie jetzt mal, das können Sie sich dann auch groß machen, wenn Sie diesen Artikel finden wollen, der ist vom 18.07., brownsen Sie bitte einfach mal durch. Wir haben hier auch zum Cannabis-Markt, zu den Indizes, zu einzelnen Aktien immer wieder Berichte, die hier frei verfügbar sind von unseren Analysten. Sie müssen sich das nur anschauen, jeder kann auf den Trading Room zugreifen. Hier sehen Sie quasi die Investitionsbäume oder die Anteilsbäume, sollte ich sagen, der unterschiedlichen Konzerne. Wir wollen uns jetzt aber hier mal heute folgende anschauen und zwar P&G, Procter & Gamble, einer meiner Lieblingstitel. Der größte, in der Gewichtung meines Depots ist es der größte Einzeltitel aus den USA. Der größte deutsche Einzeltitel ist die Porsche SE, die Porsche Holding. Da wurde ich auch schon mehrmals darauf angesprochen, werde ich gerne auch versuchen, in den nächsten ein bis zwei Wochen ein Video über die Porsche SE Aktien zu machen und unsere Erwartungen. Aber wie Sie schon denken können, wenn ich selbst sage, ich bin dort mit der größten Position drin investiert, bin ich positiv eingestellt auf Porsche SE, um das mal gleich vorab zu sagen. Also Sie haben hier bei Procter & Gamble als auch bei Johnson & Johnson, Johnson & Johnson geht mehr in den medizinischen Bereich, in den Pharma-Bereich und Procter & Gamble deckt einfach alles ab, was Sie zum täglichen Leben brauchen. Ob es Damenbinden sind, Meisterpropper, Waschmittel, unterschiedlichste Waschmittelhersteller, Febrés, wenn es mal wieder übel riecht. Wir haben Braun, wir haben Gillette, also im Rasurbereich, ob Nass- oder Trockenrasur, wird alles abgedeckt. Wir haben Pringles hier, Head & Shoulders für die Haare, Panthen Provi, wir haben Tampax, Old Spice. Da ist einfach alles drin in diesem Konzern. Ich habe schon, ich glaube, zwei oder drei Videos gemacht über Procter & Gamble per se, über die Aktie von Procter & Gamble, die ich als einer der sichersten Aktien der Welt, ich meine, so hieß auch das letzte Video, das ich zu Procter & Gamble gemacht habe, einer der sichersten Aktien der Welt, da stehe ich auch nach wie vor dazu, deswegen bin ich selbst in Procter & Gamble investiert, wir wollen uns das Ganze jetzt heute direkt mal anschauen. Beide Werte sind Bestandteil unseres DAO 30 Aktienpaketes, zeige ich auch mal kurz. Das ist jetzt hier im Login-Bereich, wenn Sie selber Abonnent sind, dann haben Sie einen Zugang zu dem Login-Bereich, dort sehen Sie Performance, dort wird die Performance täglich geupdate aller drei Aktienpakete, das ist DAO 30, DAX 40, die 40 Einzelwerte des DAX und Tech 33, 33 Tech-Werte, die wir analysieren. Schauen wir hier den DAO 30 aktuell, das Paket an, das ist der Portfoliowert unseres eigenen Portfolios, da gibt es dann noch eine genaue Erklärung, wie wir da einsteigen, in welchen Schritten, aktuell Performance und so weiter, die Entwicklung, Wertentwicklung, seitdem wir gestartet haben, zwischendrin waren wir dreimal insgesamt im Minus im Mai 2020 für eine mehrmonatige Zeit und jetzt bei der großen Korrektur nur ganz, ganz kurz, Sie sehen den miniaturroten Bereich, finde ich sehr gut, zeigt, wir haben hier auch aus den Entwicklungen gelernt, ja, nur mal kurz gezeigt hier, Procter & Gamble, die Position, da sind wir erst eingestiegen, 4,17 Prozent aktuell im Plus, da haben wir mehrere Positionen hinterlegt, auch in der Vergangenheit, wir schauen uns jetzt als erstes aber mal, wo haben wir es, Johnson & Johnson, auch hier Johnson & Johnson, 4,6 Prozent gerade, wir schauen uns als erstes Johnson & Johnson an, langfristige Ausblicke und dann gehen wir auf Procter & Gamble, also, Johnson & Johnson, folgende Situation, erstmal Ticker JNJ, Johnson & Johnson ist eine Aktienposition, die wir eingegangen sind, mit der wir uns jetzt aber auch abgesichert haben, warum? Wir haben hier ein 59-prozentiges Primärszenario, aber auch ein 41-prozentiges, das ist sehr, sehr hoch, ein 41-prozentiges Sekundärszenario, das heißt, die Wahrscheinlichkeiten, dass dieser Titel nochmal einen Umweg macht, und zwar hier, wir stehen jetzt gerade bei 171,79 Dollar und jetzt hier nochmal runterkommt, über die 143 Dollar sind recht wahrscheinlich, es ist ein fast 50-50 ausgeglichenes Verhältnis. Deshalb, weil wir jetzt hier auch ein aktiveres Portfolio-Management vornehmen, haben wir uns abgesichert, ich zeige Ihnen das hier, das ist eine Kurznachricht, finden Sie auch in Ihrem Login-Bereich, wir haben uns abgesichert, abgesichert, dann eine Kurznachricht an alle Abonnenten per Mail rausgeschickt, diese sieht so aus, sicher ist sicher, heißt die Devise und so setzen wir bei unserer Johnson & Johnson Position einen Stop in den Gewinn. Hierdurch nehmen wir jegliches Risiko aus unserer Position, was angesichts der mit 41% bewerteten Alternative auf der Unterseite doch recht wichtig ist. Das heißt, ob diese jetzt nun kommt oder nicht, wir sind so oder so abgesichert, wir können keinen Verlust mit dieser Position mehr machen. Primär gehen wir aber davon aus, dass dieser Stop nicht ausgelöst wird, da wir den Kurs über den Widerstand bei 186,69 steigen sehen. Unser Einstiegskurs waren die 162,35 Dollar, unser Stop sind die 167,26 Dollar. Wir haben also, wenn wir ausgestoppt werden, so oder so einen kleinen Gewinn mitgenommen. Nochmal zurück zum Chart, insgesamt sind wir sehr positiv eingestellt. Wenn wir uns diese Kaskade hier mal anschauen, das ist hier eine Kaskade, von der wir ausgehen, das könnten ungefähr die nächsten eineinhalb Jahre sein, bis hier hoch, dann haben wir hier ein Potenzial von 62%. Wir werden zwischendrin, wie ich das ja immer wieder sage, in einem aktiveren Portfolio-Management auch immer wieder Liquidität aus dem Markt rausnehmen, das heißt, wir investieren, wir kaufen Traschen ein. Dann haben wir beispielsweise hier eine größere Wellenebene, die da werden wir wahrscheinlich noch nicht verkaufen, aber wenn wir hier runterkommen, nochmal aufladen, wieder nachkaufen und dann bei höheren Wellenebenen auch immer wieder Positionen verkaufen, Gewinne realisieren und warten, bis wir wieder eine Möglichkeit haben, in den Markt reinzukommen. Und dieses Spielchen wird quasi dauerhaft in die Ewigkeit immer weitergespielt. Geld in den Markt reinbringen, damit Gewinne realisieren, Risiko rausnehmen, indem man den Stopp nachzieht und dann, wenn wir Gewinne erzielt haben, bei Trend-Wendepunkten, die wir durch unsere Edit-Wellen-Methodik eben sehr gut rausfinden können, immer wieder auch Liquidität, Gewinne erzielen, aufs Konto nehmen, um danach mit einer größeren Position wieder einsteigen zu können. So, wir kommen hier ganz langfristig auf den Chart hier. Langfristig sind wir sehr, sehr positiv eingestellt auf, also das heißt jetzt auf die nächsten vier, fünf Jahre, auf Johnson & Johnson. Man darf das aber nicht auf der Preis-Achse sehen, sondern immer auf der zeitlichen Achse. Das ist ganz wichtig. Sie sehen hier, wir sind einige Trend-Wende-Bereiche eingezeichnet. Wir gehen davon aus, dass wir entweder jetzt im Primär-Szenario oder nach dem Umweg, den ich Ihnen hier gerade gezeigt habe, das wäre diese hier unten, folgende Bewegung hier ausrollen und insgesamt ein Potenzial von circa 170 Prozent haben, bevor wir sagen, dann droht, wie bei Microsoft, Microsoft habe ich Ihnen das Szenario am Freitag im Video vorgestellt, wenn Sie das Video nicht gesehen haben, dort wurden drei Aktien vorgestellt, die wir sehr stark halten, schauen Sie es sich ein, wir blenden es gerade mal ein, das ist dieses Video hier vorgestellt. Dann werden wir auch hier eine große ausgedehnte Korrektur sehen, die zumindest einmal zu den jetzigen Preisen oder sogar tiefer führen wird. Aber bis dahin wird sich noch einiges tun auf der Oberseite. Wir sind also insgesamt sehr positiv eingestellt bei Johnson & Johnson. Wir werden jetzt abwarten, dass wir nochmal einen Anstieg sehen, eine Gegenbewegung und dann werden wir nochmals eine Einstiegsnachricht verschicken, sobald wir das für die richtige Entscheidung treffen. Diese können Sie, sollten Sie das DAU30-Paket nutzen, dann auch gerne für sich nutzen. Nächster Titel, den wir uns anschauen, ein Titel, in dem ich, wie gesagt, selber sehr stark investiert bin. Ticker PG, es ist Procter & Gamble. Procter & Gamble, um das ganz klar zu sagen, wie gesagt, ich bin da selber stark investiert, also wenn Sie so wollen, habe ich da keine absolut neutrale Meinung einer Person, die nichts mit dieser Aktie zu tun hat. Aber ich spreche hier im Namen auch unseres Analyse-Teams und in dem Fall von Herrn Michael Kaiser, der mir hier ganz klar gesagt hat, von allen Titeln, die wir als Aktientitel insgesamt betreuen, das sind über 90, ist dieser Titel der, der die meisten One-Two-Setups nacheinander ausgebaut hat. Das bedeutet, ein One-Two-Setup ist wie eine Springfeder. Heißt, wir haben ein Eins, Zwei einer fünfwelligen Bewegung, danach zieht es sich aber nicht weiter, sondern es baut noch eine Springfeder und noch eine Springfeder auf. Das sind wie Energieaufladungen. Und wir haben bei Procter & Gamble sieben Stück nacheinander gehabt. Das heißt, irgendwann muss sich diese aufgestaute Energie, sieben Springfeder, wenn Sie sich das so vorstellen wollen, muss sich entleeren. Wir meinen, dass wir jetzt hier das Tief, das hatten wir übrigens diesen Zielbereich Monate, bevor wir ihn erreicht haben und abgearbeitet haben, gesetzt. Das hat also sehr gut funktioniert. Wir haben jetzt also hier eine hohe Conviction, einen hohen Glauben an unseren aktuellen Count daran. Wir glauben, dass Procter & Gamble einer der interessantesten Titel ist und zumindest einmal die 500 Dollar und höher erreichen wird. Wir stehen gerade bei 144. Das heißt, wir haben ein extrem breit diversifiziertes Unternehmen, einen Dividendenaristokrat, welcher seit vielen Jahrzehnten eine stetig höhere Dividende auszahlt. Und wir haben hier ein stark steigendes Kurspotenzial. Für uns ein sehr interessanter Titel, für mich ein interessanter Titel. Deswegen nutze ich auch die DAU-Einstiege und ich nutze vor allem die Procter & Gamble-Einstiege, weil ich der Meinung bin, dass ich hier auf der einen Seite eine gute Performance erzielen kann und ein sicheres Unternehmen habe, welches wirkliche Waren herstellt, die im täglichen Leben von quasi fast jeder Person genutzt werden, weil sie ein extrem breites Marktspektrum haben. Wir sehen den Wert hier zunächst einmal auf die 200 Dollar gehen. Das könnte theoretisch dieses Jahr schon der Fall sein. Auch hier werden wir im Verlauf immer wieder, wenn Gegenbewegungen kommen, Einstiege suchen und Einstiege finden, um diese Bewegung hier richtig zu handeln. Ich denke, Procter & Gamble wird für mich auch noch eine Position sein, da werde ich noch weiter aufstocken, weil man sollte auch immer überzeugt sein von dem Unternehmen und das ist für mich, wie schon sagt, ein sicheres Unternehmen und eines, wo ich sage, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass die super neu sind oder irgendwas, dass da eigentlich eine Spekulation auf die Zukunft gemacht wird, wie in vielen Tech-Unternehmen, sondern dieses Unternehmen gibt es seit über 100 Jahren. Das ist ein gestandenes Unternehmen und wir haben einen tollen Ausblick auf der charttechnischen Sicht. So, ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Genießen Sie Ihre Zeit, gehen Sie raus an die frische Luft. Machen Sie es gut. Ich freue mich auf die nächste Woche. Wir haben spannende Themen. Danke sehr. Vielen Dank.